herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die chromatica box von lady gaga alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung chromatica von lady gaga das ganze am 4 dezember erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich pop jawohl es ist das sechste album von lady gaga es ist noch nicht allzu lange her und zwar vor circa sechs bis sieben monaten im mai diesen jahres erschien das album ursprünglich auf cd und unter anderem auch hier als picture vinyl die habe ich euch bereits vorgestellt und jetzt im dezember anfang dezember erschien auch noch nachträglich die box ja wir werden uns das ganze mal anschauen zwei sticker sind hier oben mit dabei und zwar haben hier einmal limited edition box set also hier haben wir die sachen aufgelistet die sich in dieser box befinden und zwar lesen wir hier hardcover book deluxe cd album box set exclusive special edition bonus tracks diverse bonus tracks hier aufgelistet postcards posters und tattoo sheet alles klar also postkarten poster und ein tattoo bogen auf der linken seite haben wir noch die infos regulär zum album also hier steht eben dass das sechste album von lady gaga ist und dann ist hier auch noch die tracklist angeführt 16 stück hier durchnummeriert gut ansonsten würde ich sagen machen wir mal die folie ab einmal hier seitlich einstechen und dann können wir das hier wunderbar öffnen und mit etwas fingerspitzengefühl dann hier auch entsprechend abziehen das ist die box kommt hier in so einem pink mit diesem dunkelgrauen logo sieht aus wie so eine rune ansonsten rund um hier komplett in diesem pink gehalten hier lesen wir noch in chromatica no one thing is greater than another ok und auf der rückseite ist das ganze in pink und hier wenn man es dann ins licht hält haben wir auch nochmal die tracklist den schriftzug und eben das sechste album von lady gaga so das ganze geht dann wahrscheinlich hier vorne auf nein moment doch muss hier vorne aufgehen ja denke ich mir noch war noch etwas fester zu als gedacht so auch hier innen alles pink und hier kommt uns der boxenhalt entgegen als erstes haben wir hier einmal einen tattoo bogen quadratisch dann haben wir die diversen karten fotokarten das sind recht einige ok so das letzte dürfte das poster sein und dann haben wir hier noch das hardcover buch mehr gibt es hier nicht drin das ist hier so ein schwarzes bändchen mit dem man dann eben die inhalte leicht entnehmen kann oder anheben kann machen wir mal wieder zu das ganze hat hier übrigens einen magnetverschluss der auch recht fest hält wie ich gerade merke also ihr seht selbst das schnappt hier von ganz alleine ziemlich fest zu so und dann starten wir natürlich als erstes mal mit dem album an sich das kommt hier in so einem hardcover case das reguläre album gab es auch schon in so einer buch optik allerdings natürlich eben kleiner also rein für die cd und hier sind wenn ich es richtig verstanden habe auch vinyls drinnen schauen wir gleich mal so chromatica ok ok so ist es auf der rückseite aus so bisschen nach knochen und nach überresten hier dann noch die infos dann schauen wir mal rein so ok also es sind hier scheinbar keine vinyls drinnen es handelt sich nur um die größe also das buch hat scheinbar die größe von seven inch book so dann haben wir hier als erstes mal die cd hier ist extra so ein kleines schwarzes täschchen in dem sich die cd befindet das ist das album auf cd chromatica auch hier wieder dieses logo rückseite so hier innen wir sehen es wieder ist wieder rosa oder pink machen wir die cd wieder rein gut und dann schauen wir mal was wir hier so haben also wir haben hier zum einen mal die tracklist nochmal sehr kryptisch also sehr schwer zu lesen schauen wir uns mal kurz an ja so weiter geht's ups eine seite überblättert also fotos natürlich lady gaga wie man sie kennt in sehr merkwürdigen outfits und heftigen posen dann die lyrics zu den tracks die sind ja auch abgedruckt jede menge fotos sieht hier ein bisschen so nach alien aus für mich das ganze artwork so dann hier die lyrics weitere fotos weitere lyrics noch mehr lyrics und natürlich immer wieder fotos und auch hier wieder jede menge text hier haben wir die ganzen credits also hier ist wirklich jeder track einzeln erfasst was die credits betrifft schöne sache fotos chromatica schriftzug das sieht auch wieder nach lady gaga aus nach dem cover nach dem hier ja das soweit zu diesem hardcover hier haben wir auch nochmal dieses logo und lady gaga hier scheinbar in diesem logo hier so eingearbeitet als würde es sie irgendwie festhalten und gegen dieses gitter hier drücken ja das ist das cover des albums so dann kommen wir als nächstes zu den karten zu den fotokarten das sind auch einige und zwar haben wir hier einmal zwei mal zwei mal drei mal vier mal fünf sechs sieben acht also acht fotokarten mit unterschiedlichen motiven und die sind auf der rückseite auch entsprechend gestaltet also man könnte die tatsächlich wenn man denn will verschicken hier oben entsprechend frankieren hier steht dann auch greetings from chromatica also quadratische fotokarten dann haben wir ein poster und nachdem ja auf dem box deckel auf diesem sticker stand posters also es explizit posters gehe ich mal davon aus dass die rückseite auch bedruckt ist hier auf der einen seite mal das cover das kennen wir ja bereits und auf der rückseite nochmal die gesamten infos zum album also hier wirklich nochmal jeder einzelne track mit den credits erfasst plus hier unten rechts gibt es noch die album credits und hier oben rechts haben wir dann auch noch die tracklist zum album chromatica und hier können wir sogar mal zum ersten mal die features richtig lesen und zwar haben wir hier den track rain on me mit ariana grande und dann haben wir hier noch sour candy mit blackpink und dann haben wir noch sign from above mit elton john ja also drei features hier mit dabei poster beidseitig bedruckt und als letzten boxinhalt haben wir jeder noch dabei den tattoo bogen so sieht der aus also diverse motive jede menge von diesen zeichen von diesen runen der schriftzug in diversen ausführungen ja kann man sich hier dann entsprechend rausschneiden hier hinten hat man dann auch noch auf englisch eine gebrauchsanleitung wie das ganze funktioniert und dann kann man sich damit die haut verzieren ja das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal der eben gezeigte tattoo bogen dann das poster beidseitig bedruckt die fotokarten ich glaube acht stück waren es wenn ich es richtig im kopf habe und natürlich das album hier in dieser übergroßen hardcover optik so sieht das aus chromatica mit insgesamt 16 tracks waren es glaube ich auf dem album plus diverse bonus tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box chromatica von lady gaga mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr lady gaga unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao